Tja, Hosseini führt uns, er sagt, jetzt immer weiter in den Stollen hinein. Aber auch wenn unsere extra Angriffskraft jetzt nicht so verkehrt war, so bräuchten wir an der Stelle doch wieder mal Barbara. Als Heilerin. Hm, blöderweise hat der Lumpenstein jetzt wirklich, er sagt, unzureichende Energien. Oder doch nicht? Also gut, wo befindet sich der gute Hosseini denn jetzt schon wieder? Also hier haben wir schon mal den Lichtnagel und da drüben sind, er sagen, ein paar Banditen. Hm, das ist jetzt, er sagt, nicht gerade sehr vorderhaft. Komm schon, wir können es tun. Nö, nö, das sind ein paar Arbeiter. So, guter Zeitpunkt, Phantomheart. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir den Pusiner-Lichtnagel hineinbekommen. Aber die Situation hier ist viel ernster, als wir dachten. Es klappt nicht, hier ist so viel schwarter Schlamm und es wimmelt nur so von Monstern, die vom schwarzen Schlamm angelockt werden. Es gibt keinen Weg nach vorne. Juhu, wir sind noch weit weg vom Minenstollen. Komm, hilf uns und versuch es noch einmal. Wenn es immer noch nicht funktioniert, gehe ich nach draußen und suche nach weiteren Helfern. Es geht nur darum, dieses Ding zu bewegen. Ich bin der Minenmeister-Kumpel Tu. Ich kann mit einer Spitzsacke einen Berg aushöhlen. Was können wir da die Monstern dieser großen Klubsche antun? Hör auf, dich zu verstellen. Huste, wie du willst. Dein Gesicht ist bereits rot. So ein unsinniger... Wir können nicht weitermachen. Ein übermäßiger Kontakt mit dem schwarzen Schlamm kann schwerwiegende Folgen haben. Und es gibt so viele Monster darin, das ist zu gefährlich. Aber, aber das haben wir doch alle gesehen. Die Minen wären sauber, wenn die Maschine dort aufgestellt worden wäre. Wenn nur dieser schwarze Schlamm im Minenstollen früher hätte beseitigt werden können. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um nach einer schnellen Lösung zu suchen. Egal, ob es um die Lösung eines Problems oder um Experimente geht. Ohne die Vorbereitung und Durchführung von Forschung kann ein einziger Fehltritt lebensbedrohlich sein. Das Leben des Einzelnen steht an erster Stelle. So lautet eine der Grundregeln im Handbuch für den Betrieb des Labors der Akademie. Als Gelehrter der Akademie kann ich vor solchen Verhaltensweisen nicht die Augen verschließen. Ach, aber wir haben aufgehört. Was machen wir nur mit so viel schwarzem Schlamm? Wenn dieser schwarze Schlamm doch mehr Monster anzieht. Auch wenn wir noch zwei Dutzend Leute mehr hätten. Wir würden es trotzdem nicht schaffen. Lass mich nachdenken. Wenn es wirklich nicht funktioniert, dann starte ich einmal hier den Lichtnagel. Lichtnagel hier? Ja, ich habe gerade beobachtet, wie schnell der schwarze Schlamm herausströmt. Die Geschwindigkeit ist zwar höher als gestern in den Minen, aber hier ist noch nicht der Kernbereich des Schlamms. Und die Geschwindigkeit, mit der wir reinigen, wird höher sein, als die Geschwindigkeit, mit der er abfließt. Die Monster in der großen Club wurden vom schwarzen Schlamm angezogen. Ich vermute, dass sie von seinen Energien beeinflusst werden. Aktiviere hier den Lichtnagel, um die Auswirkungen des schwarzen Schlamms zu verringern und dir, Phantom Heart, beim Vorankommen zu helfen. Wenn der schwarze Schlamm beseitig ist, werden sich die Monster hier nicht mehr veransammeln. Wir werden dann versuchen, das Gerät hineinzutragen, wenn die Zeit gekommen ist. Gut, so machen wir es. Ran in die Arbeit. Ihr zwei geht zurück in das Lager und ruht euch erst einmal aus. Wir werden euch später noch brauchen. Keine Sorge, ich muss mich noch nicht ausru... Es ist noch an der Zeit, dass der Minenmeister sich ausruht. Es geht erst einmal darum, die Monster aus dem Weg zu räumen. Da kann ich helfen. Tu dir keinen Zwang an, ich kenne dich viel zu gut. Das ist Phantom Heart. Überlass einfach Phantom Heart, dann müssen wir uns ja gar keine Sorgen mehr machen. Phantom Heart, es liegt jetzt an dir, schwarzes Schlamm... ...und die Monster um dich herum aus dem Weg zu räumen. Gut. Übrigens, Phantom Heart, hier ist alles voll mit schwarzem Schlamm. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Um den schwarzen Schlamm herum befinden sich auch noch immer viele Monster. Also sei vorsichtig. Gut, ich werde wachsam sein. Nein, ich meine, achte unbedingt darauf, dass der Pursiner Lichtnagel intakt bleibt. Ich glaube, deine Stärke aber der Pursiner Lichtnagel ist zwar mächtig, doch filigran und zerbrechlich. Achte darauf, den Lichtnagel nicht zu beschädigen. Ob ich das so ganz genau, naja, machen kann? Ob ich darauf achten kann? Wer weiß. Hä? Wo ist jetzt hier ein Eisschleim eben gewesen? Und wo sind jetzt hier eigentlich Schlammquellen? Tja, man redet hier also die ganze Zeit von irgendwelchen Schlammquellen. Aber beim besten Wellen, ich sehe jetzt hier aktuell bloß Gegner und keinerlei Schlamm. There is no escape. Inazuma shines eternal. Burn. Shine down. Oh, verdammt, hier sind jetzt die Schlammquellen. I will have order. Oh, verdammt, hier sind die Schlammquellen. There is no escape. Ah. Huh. 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 Huh? Huh? Okay, soweit er es beurteilen kann Ist das der Sack jetzt nun wirklich ziemlich einfach Ich sehe hier keinerlei Schlamm Alles läuft der Sack jetzt hier Normal? 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 Okay, jetzt müssen wir erstmal die verdammten Gegner loswerden Ich werde es beurteilen Okay, noch zwei Gegner Okay, noch zwei Gegner Sind also jetzt auch noch die schlimmsten Gegner Okay, die Herausforderung ist gescheitert aus irgendeinem Grund Okay, ich denke mal, das könnte jetzt ein Problem für uns werden Solidify Verdict ist Illusion shatter This is order There is no escape Okay, ich denke mal, da könnten wir jetzt ein paar klitzekleine Probleme haben gleich Now you shall perish Verdict ist Oh 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 I will have order Retribution Order guide you Shine down, Inazuma shines eternal Stabilize I will have order I will have order I will have order I will have order Problematisch wäre Wut 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein, ich glaube irgendwie an irgendeiner Stelle. Ja, 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 ja. Irgendeine wichtige Spielweise habe ich jetzt anscheinend übersehen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ich kann zwar das Ganze jetzt nochmal versuchen, aber... Aber irgendwie fehlt uns jetzt an der Stelle die nötige Angriffskraft... Um die Mission richtig zu beenden. Tja, obwohl wartet, das wäre vielleicht jetzt auch die falsche... Möglichkeit... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Das ist der Wettbewerb. Oh, wie kommt der denn da hinten hin? Das ist der Wettbewerb. 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 Ah! 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 Where did I go? Ich habe diesen Punkt. Kommen wir, er sagt nicht weiter. Also, wie nett, er sagt jetzt diese lichtnahe Geschichte hier sowieso, er sagt auch, wäre, um noch extra Urgestein zu kriegen. So muss ich jetzt leider wirklich sagen. Beim derzeitigen Level hier kriegen wir nichts zu gut auf die Reihe. Die Herausforderung ist und bleibt hier gescheitert. Tja, die Herausforderung ist und bleibt hier jetzt nun mal gescheitert. Wir könnten zwar jetzt auch hier ein bisschen mehr, naja, Energie vielleicht zusammentragen, aber... Na, mal abwarten, wie sieht denn unsere aktuelle Truppenstärke eigentlich so aus? Alles hier noch normal. Na, mal abwarten. Order guide you. You can't run. Ha! 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 Burn! Shine down. Now you shall perish. Now you shall perish. Illusion shattered. Ha! Ha! Punishment. Stabilisieren! 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 Das ist Ordnung. Burn! Illusion shatter. Horn to Oblivion. Ja! Oh Wir haben order Stabilize Stabilize Verdict Judgment Life Illusion Shattered Order guide you There is no escape Burn Stabilize Judgement Shine down Now you shall perish This is order Time for Retribution Retribution You can't run Hit Shiver There is no escape No 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 We will We will Oh, wir hätten es jetzt fast geschafft. Also ernsthaft, wir hätten es jetzt schon fast geschafft, diese Herausforderung hier zu meistern. Oh, wir hätten es jetzt schon fast geschafft, diese Herausforderung hier zu machen. Gah! Life out. Time for... Retrofusion! Judgment! Illusion shattered! Torn to Oblivion! Ha! Ha! Gah! Shiver! Kiss! This is order! Shine down! Ha! Gah! 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 Order guide you! Gah! There is no escape! Gah! 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 Judgement! Gah! Ha! Gah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Stabilize Shiver I will have order Illusion shattered Shine down Torn to oblivion Solidify This is order There is no escape Illusion shattered You can't run Torn to oblivion Retribution Judgment I will have order Oh, komm schon Es sind nur noch 20 Sekunden Alter Schwede Das hat der Sack ja ziemlich lange gedauert Aber am Ende Haben wir es mit unserer Guten Angriffskraft doch noch geschafft Meine Güte Du bist ja noch besser als die Gerüchte behaupten Der Pursiner Lichtnagel wurde nicht beschädigt Und sowohl der schwarze Schlamm In der Umgebung als auch die Monster wurden beseitigt Ich bin froh, dass Kedive ausgenäht von dir Hilfe bekommen hat Wäre es ein anderer Abenteuer gewesen, hätten diese Probleme vielleicht gar nicht gelöst werden können Ja, ich bin sehr gut in sowas Nun, das können alle sehen Die beiden Minenarbeiterkumpel Tu und Hao sind zurückgegangen, um sich auszuruhen Aber so gesehen ist es auch schwierig, den Lichtnagel direkt hinein zu transportieren Aber es ist auch keine gute Idee, den Schlamm zu beseitigen, während wir vorankommen Da der schwarze Schlamm umso schneller wieder auftaucht und den Weg bedeckt Je näher man dem Aufrisspunkt kommt Du musst die Quelle des schwarzen Schlamms direkt beseitigen Da müssen wir uns wohl etwas anderes einfallen lassen Ja Oh nein Ich hab jetzt nun wirklich keine Lust gegen irgendwelche Na, Plünderer zu kämpfen Nein Ich hab jetzt mal meinen Hauptsache Untertitelung des ZDF, 2020